herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft ähm links skybox denke ich gleich schnell ließen entschuldigung jetzt werde ich mich kurz gemütet haben hoffe ich zumindest oh komm minecraft reagiere hier ist grad irgendwas los und schauen minecraft hallo jetzt ok ich sehe jetzt rüber dort ein schwert schwert dann habe ich mal das war kurz knapp und hinten kommt jetzt auch keiner mehr so wer hat sich in der mitte gebaut eh völlig walt das war knapp hat mir kurz das tankkit den arsch gerettet so ich weiß nicht was ich jetzt mache schauen dass ich nicht sterbe würde ich mal sagen so eine kleine verschwendung von mehr der kann noch um und ich lieber das lieber einfach das wird auf die vier schütze läuft und ich nicht der schütze die das hat jetzt keinen Sinn ergeben ist zu wenig spät nimmt gerade auf und und einfach nur scheiße wahrscheinlich danke für da hat vielleicht jemand schlafen müssen gehen Totentum ähm die gebe ich statt die drei kuku 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 tschuk tschuk mach ich alles nicht trinke gebe ich da einfach rauf fertig so wir sind der nächste wissen das habe ich einfach mal da hat der überhaupt in die kisten geschaut und hat der water der water je so mal darüber wie wenig müde bin ich weil heute halloween und ähm ich nehme gerade relativ viele runden auf hoffe ich halt zumindest ein wenig dass ich weniger zu tun für die zukunft habe eins brauche ich nicht und da war er dann gehe ich einfach gleich und meine absoluten also ein deutsches hat doch ich weiß nicht mal das heißt effekt jetzt so wenig allgemeinwissen dann ist mir ausgegangen so wenig allgemeinwissen Minecraft aber auch noch nur ich natürlich und ich gehe sogar auf den Baum jetzt rauf glaube ich so jetzt kann ich jetzt habe ich freien weg nach oben bei mir von hinten kommt keiner das ist auch ganz wichtig habe ich heute schon gesehen einfach von hinten keiner kommt weil ja das schon häufiger heute gehabt dass ich einfach von hinten angegriffen wurde und den tod war und das ist so äußerst der hat jetzt keine angel oder sowas ansonsten wäre ich heiß aus dem marsch was ist denn der? habe ich ja vorhin da gesehen hat er auch kommt und denke ich gekommen da ich sehe bete ich halt gestorben das ist toll auch zwei spieler sind nur noch ich wollte zwar die sachen aber da denn was schön ist dabei der fernse das nehme ich mir schutz zwei stiefel kurz eins Tierhose das ist was ist effizient Spitzhacker ja nehme ich mir mit nehme ich mir auch mit dass der andere den nicht bekommt und der andere ist in die Richtung so jetzt gibt es den final showtown showtown der ist auf dem Baum dann nehmen wir seine taktische bessere ähm 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 zusitz drauf verbinden wir das mal so ähm was machen wir geht er natürlich nach unten könnten könnten etwas ausprobieren eins zwei drei und vektor nicht funktioniert äh Prozent war jetzt ein wenig so optimal der Plan wäre gewesen ich hätte einfach ein Stein das erste TNT gezündet dann explodiert das andere wird nach vorne geschleudert aber äh nicht so funktioniert hm zur zweite Lösung ich baue mich einfach rüber wie er es gemacht hat so das wird so ein wenig spannend weil ein wenig öfters hätte ich ihn erwischen können aber ja geht auch na gut ich hoffe euch hat die Runde gefallen bitte ein Bewertung da lassen vielleicht sogar ein abo ja wir sehen uns beim nächsten runde ciao jornal dann кто ע Untertitelung des ZDF, 2020